Mach die Mama alle. Demnächst werden wir ihr auch ein anderes Halsband holen müssen. Ja. Und etwas breiter nochmal. Aber hat die vor irgendwas Angst? Also Duma hat definitiv vor gar nichts Angst. Wenn du mich letztens mal überleg, die hat vor nichts Angst. Also so Angst, Schwanz einziehen und vor irgendwas weglaufen, das habe ich noch nie bei dir gesehen. Bei nix. Gestern kam Rita, ich war mit einer Wandergruppe unterwegs. Die hatten einen schwarzen Labrador dabei. Dann kam Rita mit dem Hirn auf der anderen Seite. Dann kam der Labrador und dann erstmal flach auf den Boden. Abwarten. Und so, was da jetzt passiert. Also sag ich mal so. Aber in der Labrador hatte definitiv mehr Angst vor ihr als umgedreht. Aber die, die äh... Mit Weibchen, also die Weibchenfamilie schon sind immer mit Weibchen verraten. Mhm.